Willkommen zurück zu Splatoon 3 im Salmon Run. Eine Waffe ist immer zufällig, die anderen drei sind gesetzt. GLN 96 habe ich bekommen. Ja, ganz nett. Wir schauen mal, was ich reißen kann. Von hinten. Hopp, geran, geran. Ja. Danke Teamkollege. Das ist ein Team. Das, genau so. Schießt ihr mal alle bitte da rein zum Korb. Ja, wirkt er. Stark. Und rein da. Mach. Na, acht Stück noch. Ui. Den haben wir auch. Ja, wir müssen durch sein, nachdem wir hier alle rein. Gehauen haben. Hopp. Hopp. Ey. Ja, warte ein bisschen. So gut bin ich dann auch nicht. Aber egal. Unser Team macht das schon. Ich vertraue denen. Die waren nett vorher. Die haben mir geholfen. Gut, jetzt sollten wir ein bisschen Bedenken haben. Danke. Mach da nochmal ein paar weg. Liene da. Vielleicht kann ich dir noch helfen. Leicht auch nicht. Ja, leider nicht mehr. Hopp. So, komm her. Komm her. Okay, der andere ist schon wieder da. Bälle zwei. Bälle zwei. Bälle zwei spielen wir den Kleckser. Ach. Komm jetzt von oben. Äh, wo? Ja, wo denn? Hä? Ach so, da. Hä? Ja, warte. Ja. Die ist da her. Ja, spiel her. Komm, komm. No. 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 Warte. Ja, hab ich. Ist ne gute Aufteilung, denk ich mal. So. Spiel her. Ja. Ja, ruhig mehr. Genau so. Ja. Komm nicht hinterher. Langsamer bitte. Ja. Hopp. Go. Wir haben es eh schon geschafft. Aber trotzdem helfen wir dem Team ein bisschen. 27 haben wir. Wenn der reinhaut. Ja, 28. Da konnten sie sogar noch einen finden. Allnei. stark. Ich mag diese Teamkollegen. Weil die spielen halt so, wie man spielen soll. Ja. 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 Weiter geht's. Dritte. Letzte Welle. Oh, Klecks. Blättling. Ja. Ja. Wir haben zweimal den Kleckser. Aber okay. Ist in Ordnung. Eine zufällige Waffe gibt's ja. Hopp. Joa. Komm mal her. Hopp. Ja, schade. Komm. Hopp. Komm her. Ja. Habe ich. Ja. Ja. Weg mit euch. Runter in den Korb. Und in den Korb. Dann den nächsten, bitte. Mal auf. Stark. Hopp. Hopp. Ja. Ja. Da war wirklich mein Fehler. Ja. Ja. Aber es war auch wegen dem Aufladen ein bisschen. Also. Teils, teils. Da war ich ein Stück. Ja. Unpassend. Ich dachte, ich komme da durch. Ich wäre. Auch locker. Damit zurechtgekommen. Warte. Nicht auf mich. Du. Du. Ja. Da war so viel los. Dann wollte ich nicht färben. Ich hätte färben müssen. Keine Ausrede. Hallo. Team. Wo bist du? Team-Kollege. Hallo. Ja. Wo war denn der? Der war wieder irgendwo, wo wir ihn nicht gesehen haben. Aneinander vorbeigelaufen. Ich wollte nachher noch meine Ulti ziehen. Kann ich nicht mehr. Elf vorbei. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Schicht, dass wir ein paar Punkte holen. Let's go. Klecksroller. Okay. Heißt, ich habe die zufällige Waffe. Hopp. Jo. ging jetzt relativ schnell wieder, weil ja, die gleichen weitergemacht haben, weitermachen wollen. Und so schlecht fand ich die nicht. Die haben mich reingeschubst. War aber auch nicht schlau von mir. Ich hätte sprühen sollen. Hopp. Hopp. Ja, ich versuche mal ein paar rein zu bringen. Weg da. Rein da. Aber alleine wird es halt schwer. Ja, die anderen sollten mir ein bisschen, zumindest eine kleine Unterstützung da lassen. Jetzt haben wir sechs recht nah am Korb. Ja. Okay, wir haben's. Weg hier. Ja. Komm. Easy. Hopp. Hopp. Weg da, weg da. Hopp, 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 hopp. Komm her. Ja. Ja. Komm. Komm. Weg da. Ja. Bälle eins. Haben wir geschafft. Luftkraft. Gut. Jetzt geht's in Bälle zwei. 96 Gallen. Die 96 Gallen, also. Das ist es. Der Helikopter. Hopp. Aber den lassen wir mal. Da kehren wir noch zurück. Nach Welle drei, nachdem wir gewonnen haben. Hopp. Eins. Zwei. Drei. Hopp. Ähm, dann da. Oh, gleich zwei. Hopp. Warte. Warte, ich mach den mal von oben. Ja. Na, keine Zinsen mehr. Er ist noch hier. Was bist du denn? Hoch. Hoch. Ja, komm her. Danke. Na, rein da, rein da. Hopp. Ja. Auf wen gehst denn du? Wollen wir gleich sehen. Hopp. Ja. Danke. Wupp. Nein. Warte, von hinten. Komm her. Ja, warte. Ey. Einfach nur das Ganze über die Zeit bringen. Und die Ulti nicht verschwenden. Weg da. Komm. Go. Perfekt. Eingespielt. Als würden wir uns kennen. Aber nie. Ist einfach. Ne Online Lobby. Mit Spielern, bei denen ich zufrieden bin. Hopp. Ah, wieder die Welle. Das heißt, jetzt haben wir es ja eigentlich fast schon geschafft. Aufteilung, wieder. Hopp. Mach auf. Mach auf. Ja. Okay. Nein. Komm mal her. Stark. Ja. Ja. Komm. Go. Ne. Ne. Ja. Go. Ja, dann hau ich die rein. Hopp. Hopp. Komm. Let's go. Ja. Hopp. Ja. Warte. Ja. Ja. Hopp. Drei noch. Ja. Ja. Ja, im Notfall bei einer Extrawelle kriege ich die ja sowieso noch einmal zusätzlich. Hopp. Hopp. Deswegen nutzen wir es ja auch. Ja. Hopp. 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 In. Your face. Okay. Die letzten Gegner sind weg. Fertig. Oder? Ja. Wir haben es geschafft. Let's go. Gut. Haben wir das geschafft. Heißt, ich habe jetzt 60 Punkte, fehlen noch 40. Aber das ist machbar. 30 fehlen noch. 30 fehlen da noch. Also um genau zu sein, fehlen ja nicht 30 oder nicht 40, sondern 39. Aber das sind ja im Grunde genommen dann zwei Spiele. Und dann kommt man eh wieder auf 40 Punkte. Hoffe hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rohlschlumpf. Tschüss. 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 Tschüss.